Hier ist doch nix. Egal. Lästige Missgeburt! Lauf so schnell du willst, ich krieg dich schon! Hilfe! Ich sag dir, Hilfe! Leckt sich doch jetzt alle zehn Finger nach uns ab. Hi! Weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Ach, ist das so? Willkommen. Ja, komm. Wenn, dann will ich auch noch... Er möchte doch bestimmt wieder irgendwas kaufen von mir. Hier auch kristallener Flügel und kristallener Torso, den krieg ich da nicht. Ja, mehr krieg ich da erstmal nicht. Oh, Bomben. Das sollte reichen. Ich habe gerade aufgestockt. Stell dir vor, das hab ich mir gedacht. Apropos, hast du irgendwas Neues? Ja, für Minen, aber... Komm, hauen wir noch ein bisschen... Feuerkraft. Ja, auf 640. Ja, Magazingröße. Ja, wohl doch Feuerkraft. Dann brauchen wir nicht ganz so viel immer. Feuerrate. Ja, für Scharfschützengewehr brauchen wir eigentlich nicht so viel Feuerrate. Ja, dann ist doch alles gut. Wenn du das sagst. Dann kämpfe deine Treue. Ja, alles gut. Gut. So. 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 Voll. Mist. Ich muss auf jeden Fall irgendwie... Nein. Okay, neuer Versuch. Paar Minütchen haben wir noch. Was hat der Duke denn? Was hat der Duke denn? Estákennig sein. Frau. Okay, ganz vorsichtig Jawoll Made it Ja super, jetzt haben wir hier Feuerwerk und Ein roter Schädel Äh, Alter, willst du kaufen? Oh yeah Oh ja Achttausend, sehr wertvoll Mensch, die Überreste aus dem Kugel-Labyrinth im Schloss Bitte, Albright, Albright Prächtig, was das wert ist Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität, glaub mir, mein Freund Glaube ich dir, glaube ich dir Ja, Magazin Größe könnten wir davon eigentlich auch mal machen Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen Oh, ich glaub dir das, mein voluminöser Freund Bis nächstes Mal Ja, und jetzt wird gespeichert und dann Reicht's auch erstmal für heute Bis dahin, ich verabschiede mich jetzt erstmal und sage auch wieder Geh, schaut Ja, wir sind wieder bei Village Resident Evil Ja, die vier Engelsbüsten Obwohl wir hier noch einiges übrig haben An Dingen So, alles durchgeladet Wo ist Madame? Wenn sie nicht hier ist, würde ich das gut finden Ich hab jetzt vorhin gar nicht drauf geachtet, welche das sind Ist mir auch egal Maske des Zorns Trotz ist so leise Naja, Definierung Ich würde sagen Das sieht gut aus Oh, puh, Mensch Alles klar Oh Ja, äh, Chemikalien Ja, Mist Pistolus Pistolus Mumpelus Na, hm Ahu Flüssige Chemikalie Wir haben Zwei Drei wären ja besser So, gerade einmal So, gerade einmal Sützen Gewersge Durchgeladze Also, wir laden es durch So, und jetzt Nichts wie weg hier Naja, Definierung Nichts wie weg Ach, du Scheiße Sind wir jetzt hier wieder gelandet Au, Moment Äh, nicht fluchen Das hier ist ein heiliger Ort Naja, heilig Ist das ein Sarg Goddammit Gibt's hier noch einen anderen Turm der Andacht Penta, Dimitrescu Derinne Dass sie deswegen nicht da ist Ne Es ist, äh Irgendjemand Gib mal her Das Ding Oh, hübsches Teil Hey, schau mal Du hast alles ruiniert Äh Junge Dame Das kann ich auch Ach, nö Ich hab so viel Durchmachen müssen Um an diesem Blöden durchzukommen Äh Scheiße Junge Frau Ihnen wächst da was aus dem Hinter Kann ich reinrennen? Fleisch Knochen Ich verstehe nicht Wir brauchen noch fahren Äh, muss ja eigentlich nicht sein, ne? Äh, wo geht's hin? Autsch Au, ah Darf ich schießen? Ein neuer Look Viel besser als der alte Ach Ich will dich leiden sehen Du willst mich leiden sehen Dann leide mal schön weiter Ja, super Jetzt bekommen wir hier auch noch, äh Massenhaft Von allem Ich verstecke mich einfach hier drin Aber die Aussicht ist ja mal wunderschön Die Alpen Ist die Wiedersehen Ha, 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 ha Welch glücklich, Ethan Außer wie Landa Teut mich noch nie jemanden zu der Gestalt gesehen Leider kostete das dein Leben Äh Ich will nicht viel sagen Du olle Schrull Aber Ah Zu spät für Reue Zu spät, süßer, wohl eher Was gibt dir das Recht Das Leben deiner Tochter Über das meiner zu stellen Ich mag's nicht Wer Lauf nur Ich finde dich überall Ha, ha, ha Nö Ich bleibe einfach Ah Hallo Kann die Alte Nicht Ne, danke Wo ist denn denn schon wieder hin Hat sie schon wieder den Flieger gemacht Geh weg weg aus Deine Tochter gehört jetzt uns Ah Oh, ich muss nachladen Ah 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 Unwürdiger Kreator Ah 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 Unwürdig Ich hab schon mehr überlebt Als du dir vorstellen kannst Ah 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 Rose ist unsere einzige Ordnung Du bekommst sie niemals Ah Ah Ich brauche Blut Mehr Mehr Blut Junge Dame Bleiben sie Ah Ah Ja Dann Fisch Nee 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 Achso, er macht alles Automatik Darf ich schießen? Ja Ja, ich geh ja schon Das Spiel will, dass ich nach oben geh Ich beweg's denn hier schüchtern Ich hab doch keine Angst Naja gut, du bist nicht mehr sexy also Uiuiuiuiuiui Du bist schlässlich thärisch mit Haut und Hand Ah Stirb Stirb Aaaaah Zier Ja Ha Ha Hahaha Wier Hahaha Ist sie jetzt im Arsch? Nee, aber krieg die mal schöne... Geht aber ziemlich tief runter, wenn man sagen darf. Okay, ich bin weich gelandet. Auf ihrem Flügel. Verflucht seist du! Alter, bist du immer noch da? Okay, ist sie nicht. Ich hab wahrscheinlich den sexisten Gegner in ganz Räsen. Ich hab grad gekillt. Es tut mir leid. Viel Spaß in der Helle. Kristalline Lady. Viel Spaß in der Helle. Also ernsthaft, Ethan. Oh, was ist das? Komm hier wohl endlich raus. Komm hier wohl endlich raus. Dreckiges Glasgefäße aus, sehr dreckig. Ich will hier aber noch nicht raus. Ich will mich noch umgucken. Ich hab hier noch einiges zu erkunden. Friede, ich will. Vielen Dank.